Shipping Ein Thema, das euch Leute scheinbar brennend interessiert, wenn ich mir meine Ask.fm-Seite so ansehe. Damit sich hier die wenigen, denen der Begriff gar nicht sagt, nicht übergangen vorkommen, kurz zur Erläuterung, was Shipping ist. Als Shipping bezeichnet man im Grunde das Verkuppeln von zwei Charaktern, meistens im überfreundschaftlichen Sinne und oft auf Serien oder Filmfiguren bezogen. Das gibt es überall, in so ziemlich jeder Fandom. Und somit selbstverständlich auch bei MLP. Da die ganze Sache scheinbar den ein oder anderen Gesprächsbedarf aufwirft, äußere ich mich mal dazu. Und vorweg, weil ich oft gefragt wurde, Überfreundschaftlichkeit. Tolles Wort, oder? Ich kam darauf, als ich nach einem guten Ersatz für das Wort Liebe gesucht habe und mir prompt einfiel, dass man von mehr als Freundschaft spricht. Und da sich Überfreundschaftlichkeit schön abstrakt und extrem unromantisch anhört, passte es absolut perfekt. Ich sage extrem ungern das Wort Liebe in seinem klassischen Sinn. Ich habe kein Problem damit zu sagen, ich liebe Filme oder ich liebe Discord-Folgen. Aber diese theatralische Liebe ist ein Problem. Was auch sonst, ich bin ein schräger Typ und gucke Filme und Cartoons, bin ein gewaltiger Nerd, Gamer und vor allem überaus sarkastisch. Ich vergleiche mich ja immer gerne mit einem Discord-Charakter, der mit sich selbst und der Welt im Reinen aber nicht besonders angepasst ist. Und das bedeutet auch, dass ich eben immer Solo bin. Sozusagen Han Solo. Aber anders kann ich es mir auch gar nicht vorstellen. Ich behaupte einfach mal, dass das eher suboptimal für eine überfreundschaftliche Beziehung ist. Davon einmal ein paar Zentimeter weit abgesehen, gehören Romanzen in Filmen, Spielen oder Ähnlichen zu den Dingen, die ich, in Ermangelung einer angemessenen deutschen Übersetzung, absolut cringe-worthy finde. Herumgeschnulze und große Liebesreden sind furchtbar. Und damit meine ich nicht nur die wirklich sehr schlechten Dialoge aus der ersten Hälfte von Star Wars Episode 2. All diese Dinge sind Gründe, weshalb ich Shipping nicht mag. Also eigentlich überhaupt nicht. Ich finde es zwar lustig, ein Gedankenspiel damit zu machen, einfach nur um zu sehen, was dabei herauskommt. Oder eben als Parodie, um sich darüber lustig zu machen. Aber als ernst gemeinte Story-Idee? Nein, auf gar keinen Fall. Shipping wirkt immer auf mich aufgesetzt und falsch. Als würde man versuchen, etwas komplett Unpassendes und Nicht-Unterstütztes in einen Rahmen pressen zu wollen, der es nicht zulässt, das zu tun. So was hinzubekommen, dass selbst jemand wie ich es okay oder womöglich sogar gut findet, ist verdammt schwer. Um nicht zu sagen unmöglich. Denn bisher habe ich noch kein Shipping gefunden, das mir gefiel. So gerne ich beispielsweise die Geschichte von CIS-Brownie mag, sonst hätte ich sie auch nicht vertont, so schrecklich finde ich das Apple-Dash-Shipping. Und nein, nicht, weil es zwei Frauen, äh, Stuten sind. Es liegt einfach daran, dass es nicht zu ihnen passt und komplett aus dem Nichts kommt. Ich verliere die Verbindung zu den Figuren, da ich weiß, dass sie sich eigentlich nicht so verhalten würden. Bloß gut, dass Discord oder Q, das interessante Weltbild und die gut durchdachte Story von CIS-Brownie diesen Punkt für mich wieder wettgemacht haben. Was Shipping angeht, weiß ich, dass mir auf gar keinen Fall alle zustimmen werden. Ich weiß von vielen, die Shipping lieben und nach mehr rufen. Aber wenn es um bereits existierende Charakter geht, ist das für mich absoluter Quatsch. Und das sage ich ganz offen und bezogen auf jede Fandom und jede Fanfictioner draußen, die es geben mag. Ich will nicht sehen, wie Leute Discord und Fluttershy als Paar zeichnen. Ich runze die Stirn, wenn Applejack und Rainbow Dash sich küssen. So, und nun, da ihr wisst, was ich von Romantik im Allgemeinen und Shipping im Besonderen halte, rede ich über das Thema, das mit Abstand am meisten nachgefragt wird. Azur Glim. Oh, Junge. Als ich damals noch, während ich den Prolog schrieb, immer wieder von den wenigen damaligen Zuhörern und Lesern gefragt wurde, ob es nicht einmal Zeit für ein wenig Romantik in den blauen Geschichten wäre, nahm ich noch an, dass die Sache sich mit einem kurzen Auftritt einer halbherzig designten Stute erledigt habe. Denn genau so ist Azur ursprünglich entstanden. Als fauler Witz, um zu zeigen, wieso ich mit Überfreundschaftlichkeit nichts am Hut haben will. Aber im Laufe der Zeit kamen mir dazu immer mehr Ideen. Ich dachte über verschiedene Handlungsstränge nach und mir gefiel der Gedanke von Azur als wiederkehrender Figur. Und bis Staffel 2 hatte ich genügend Ideen gesammelt, um sie wieder auftauchen zu lassen. Natürlich habe ich meine Pläne mit Azur. Welche das sind, werde ich nicht sagen. Natürlich nicht. Aber seid versichert, dass mich die unzähligen Fragen nach dem Zusammenkommen von Bluetail und Azur Gleam dazu angespornt haben, mir diverse verschiedene Ausgänge zu überlegen. Und die meisten davon dürften recht unerwartet sein. Aber alle passen zu meinem Stil, besonders unter dem Kontext dessen, was ich am Anfang dieses Blogs heute gesagt habe. Naja, und das soll dann auch schon alles sein, was ich zu Shipping zu sagen habe. Macht es nicht. Außer, wenn ihr eine lustige Idee habt. In dem Fall, shippt ruhig und schickt mir das Ergebnis. Ich habe schon lange kein echt lustiges Shipping mehr zum Hörspiel bekommen. Hm. Naja, gute Nacht.